SPLASH LATE NIGHT Yo liebe Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei SPLASH LATE NIGHT Inzwischen zu Folge 5 Mein Name ist Alex Barbian Mir zugeschaltet wie immer Benji Und mein geschätzter Kollege Skinny Der uns diese Woche auch sein Ding der Woche mitgebracht hat Skinny, herzlich willkommen, was geht ab? Grüß dich mein lieber Alex Mein Ding der Woche ist denkbar und spektakulär Wer mich kennt, kann es sich denken Es handelt sich um ein Videospiel Es handelt sich um Doom Eternal Das neue Doom, eigentlich hat mich die Reihe nie interessiert Aber mir wurde gesagt, ich müsse es spielen Weil es so gut ist Ich spiele es, weil es so gut ist Ich bestätige, dass es so gut ist Fertig, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen Außer, dass man es wirklich mal ausprobieren muss Weil es sich einfach sehr unik spielt In diesem Flow, der aufkommt Aber soll nicht um Gaming gehen Soll um Musik gehen Soll um Rap gehen In Caps Lock geschrieben natürlich Und dazu haben wir euch die Möglichkeit gegeben Uns Fragen zu stellen Wir haben Hörerfragen aufgerufen Und da ist einiges eingegangen Eine Frage sollte wahrscheinlich am besten Benji beantworten Der noch gar nicht zu Wort kam Genau Moin zusammen erstmal Auch von mir Ich hoffe, euch beiden geht es gut Und natürlich auch unseren Hörern da draußen Wie Skinny gerade angedeutet hat Wir haben nach Fragen gefragt von euch Also werde ich gleich mal die erste beantworten Die kommt von Quendream-ESF Und der hat gefragt Tatsächlich würde mich mehr interessieren Wie es mit unseren Tickets Bezogen auf Splash aussieht Und da können wir gleich mal ein kleines Update Zur aktuellen Situation zum Splash geben Beziehungsweise gar kein richtiges Update Denn wirkliche News im Vergleich zur letzten Woche gibt es nicht Wir können nur sagen, dass wir mit Hochdruck Wie alle anderen Festivals in Deutschland Oder Veranstalter auch Mit Hochdruck daran arbeiten Wie wir mit dieser Situation umgehen Was mit bereits gekauften Tickets passiert Und das dauert ein bisschen Weil es einfach an vielen Faktoren hängt Viele Firmen müssen natürlich um ihre Existenz kämpfen Und dementsprechend ist dann auch die Gesetzgebung daran beteiligt Und sobald es um Gesetze geht Wissen wir ja alle Dauert das alles ein bisschen länger Zieht sich alles ein bisschen Deswegen können wir nur sagen Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung Und sobald es eine gibt Werdet ihr sie natürlich erfahren Auf allen bekannten Kanälen Also haltet Ausschau Und dann Werden wir auch immer wieder hier im Podcast natürlich besprechen Ist ja logisch Es soll ja auch ein Stück weit Service sein Für die Leute, die potenzielle Splash-Besucher sind Und die sich Splash 2021 reingönnen werden Ja, wie gesagt Haben wir euch da draußen gestern um Input gebeten Via Instagram Und haben tatsächlich neben den Fragen zum Splash-Festival Auch einige Fragen in eine andere Richtung bekommen Die sich ganz gut ergänzt hat Mit unseren Vorbereitungen auf die heutige Sendung Zum Beispiel hat uns Flo09 Shoutouts und Grüße gehen raus Gefragt Wie verdienen Rapper ihr Geld? Klicks, Verträge, Streams, Konzerte? Das ist eine Frage, die auf jeden Fall in die Richtung geht Die wir sowieso besprechen wollten diese Woche Weil wir letzte Woche, nachdem wir, ihr habt es ja mitbekommen Die Leute, die den Podcast verfolgen, haben es mitbekommen Letzte Woche länger über dieses Florida geprägte Emo-Trap-Movement in Deutschland gesprochen haben Da war auch die Rede von Negativ OG Der wiederum dem Rap-Portal 16 Bars ein Interview gegeben hat Was kurz später online gegangen ist Schade, dass wir das noch nicht in die Sendung einbeziehen konnten Aber das war tatsächlich knapp zeitversetzt Das ist wirklich enorm schade Weil das war sehr aufschlussreich Genau, war sehr aufschlussreich Und zum Zeitpunkt der Sendung hatten wir, glaube ich Noch kein so geschliffenes Bild von dem ganzen Movement Und von diesen Characters, wie wir es nach diesem Interview hatten Und was wir aus diesem Interview rausziehen konnten War tatsächlich sehr nah dran an der Frage von Flo09 Weil wir festgestellt haben, dass das ganze Interview quasi nur davon handelt Dass Negativ OG angeblich 900.000 Euro Vorschuss von seinem Label bekommen hat Und es ging im Prinzip nur darum, was machst du jetzt mit dem Geld Du bist jetzt ein reicher junger Mann, krass Ah, du hast dir eine Uhr gekauft, wow, ein Penthouse, okay, krass 900.000 ist echt viel Geld Das bedeutet ja, du musst krass viel Potenzial haben und so weiter Und an der Stelle ist uns aufgefallen, dass das insgesamt gerade ein Drip ist Der sich in Deutschrap breitmacht oder in den letzten Monaten und Jahren breitgemacht hat Nämlich das offensichtliche Angeben, das Transparentmachen von Vertragssituationen Von diesem Vorschussgame und von eindeutigen Summen Das geflext wurde, ist im Rap nichts Neues, das kennen wir seit den 90ern Aber dass Leute konkret werden und damit angeben, wie viel Geld sie vom Label bezogen haben Und so weiter, ihre Kontoauszüge posten und so Das ist schon ein relativ neues Phänomen Und genau deswegen wollen wir heute diskutieren Das ist das Thema der Woche Und wir werden sicherlich im Laufe der Diskussion immer wieder auch auf die Frage von Flo zurückkommen Denn das ist schon sehr interessant, wie Rapper ihr Geld verdienen Ja, die Frage sollten wir auf jeden Fall vorher beantworten, bevor wir ins Thema diven Ich freue mich aber sehr, wenn wir über Negativ-OGs-Vorschuss sprechen gleich Weil wir haben sogar eine kleine Beispielrechnung parat Aber Alex, ich muss dich erstmal korrigieren Es ging in dem Interview nicht nur um den Vorschuss Es gab auch einen großen Teil, der einiges an Raumeinnahmen Wo es darum ging, dass Negativ-OG schon viel länger Drogen nimmt als Yin Kalle Und schon mehr Drogen im Wanst hatte, als Yin Kalle je gesehen hat Und deswegen versteht Negativ-OG überhaupt nicht, wie Yin Kalle auch nur dazu kommen kann Ihm irgendwas über Drogen erzählen zu wollen Das ist ja wirklich Zustände hier Zustände Da musste auf jeden Fall auch im Interview ein bisschen drüber geschnackt werden Aber um auf deine Frage zurückzukommen Wie verdienen Rapper Geld? Die berühmten Vorschüsse, die werden wir gleich erläutern Werden wir ein bisschen drauf eingehen, was das überhaupt ist und was es damit auf sich hat Weil ich glaube, für viele ist das relativ unklar Man hört immer wieder dieses Wort, man hört immer wieder irgendwelche Summen Aber wie funktioniert das überhaupt tatsächlich mit diesen Vorschüssen? Was aber die Einkünfte der Rapper angeht, kann man vieles relativ leicht aufschlüsseln Also das ist jetzt ein Disclaimer, der sich eigentlich durchs ganze Thema ziehen wird Das sind natürlich alles Schätzungen und das gestaltet sich bei jedem anders Teilweise geht das so extrem weit auseinander, dass man da eigentlich überhaupt keine Annahmen treffen kann Wenn man über Klartext und Summen redet Aber was Einnahmequellen von Rappern angeht, kann man eigentlich relativ easy zusammenfassen Es gibt einmal die Musik, die wird natürlich in Streams, in physischen Verkäufen, gerade in Boxen verkauft Und über die GEMA, die GEMA ist auch ein wichtiger Faktor, die kümmert sich darum, dass die Rechte der Künstler im Grunde gewahrt werden Also ein Künstler hat einen Verlag, der wiederum kümmert sich darum, die GEMA-Gelder einzusammeln Und die schüttet die GEMA aus, wenn die Musik des Künstlers öffentlich gespielt wird Das heißt in Clubs, das heißt auf Veranstaltungen, das heißt in Geschäften Also wenn es bei Mediamarkt oder so im Hintergrund läuft Oder Kleidungsgeschäften läuft ja immer Musik, so eine Geschichten All das ist die Verwendung der Musik Dafür muss derjenige, der sie abspielt, Geld an die GEMA bezahlen Und die GEMA kümmert sich dann darum, das an die Künstler bzw. an deren Verläge zu verteilen Wichtiger Faktor Dann gibt es natürlich Sachen wie Merch, das ist ganz klar Merch ist gerade für kleinere Künstler oft sehr, sehr wichtig Sobald du was physisch verkaufst, kannst du damit rechnen, dass ein gescheiter Gewinn bei rumkommt Das ist bei Streaming zum Beispiel oft schwierig für kleine Künstler Das macht dann erst ab sehr, sehr großen Summen bzw. ab vielen Plays, ab Playlist-Platzierungen und so Überhaupt Sinn, wirklich Streaming als großen Einnahmezweig zu betrachten bei vielen Das heißt, da sind dann Konzerte und Merch zum Beispiel viel wichtiger Gerade die Festivalsaison, da kann Benji vielleicht gleich noch was zu sagen Ist enorm wichtig für viele Künstler, die zum Beispiel auch nicht unbedingt viele eigene Touren spielen Oder gar nicht unbedingt die Reichweite haben, eine eigene Tour auf die Beine zu stellen, dass sie sich lohnen würde Aber ein Festival-Gig, da bleibt dann trotzdem gut was hängen Bei sehr großen Künstlern gibt es natürlich Deals und Kollaborationen Wenn du wie, was weiß ich, UFOs, Testimonial für Nike oder so, da kommt dem das Geld zu allen Körperöffnungen raus Das kann ich euch versprechen Ich glaube, das waren jetzt so die wesentlichen Einkommensquellen, die ein Rapper hat Fällt euch noch was ein? Ich denke, du hast schon vieles Richtiges gesagt auf jeden Fall Kommt auch immer so auf die Vertragssituation auf jeden Fall an Wie du jetzt angesprochen hast mit UFO und seinem Nike-Deal Viele erinnern sich von euch vielleicht noch an dieses legendäre Lil Yadi-Interview bei Everyday Struggle Wo Joe Budden Lil Yadis 360-Grad-Deal so ein bisschen erklärt hat Und wo dann quasi rauskam, dass Yadis-Label an allem, was Yadi macht, mitverdient Das heißt, wenn Yadi jetzt eine Sprite-Werbung gedreht hat, geht davon ein Prozentteil an Nike Und so ist das dann halt auch Man muss immer gucken Viele denken, glaube ich, immer, dass Streams die Haupteinnahmequelle ist Aber das ist bei den wenigsten der Fall, weil einfach viel dann auch direkt ans Label geht Was ich so bei den Amis beobachtet habe, auch vor allen Dingen jetzt, während Corona ist Dass halt viele ihren Großteil des Geldes durch Auftritte machen Und dementsprechend halt jetzt große Probleme haben Vor allen Dingen auch so Club-Shows, also dass sie nachts in einer beliebten Disco auftreten Für eine halbe Stunde und da dann ein paar tausend Euro für kassieren Das war für viele die Haupteinnahmequelle, die halt jetzt fehlt Stimmt, Club-Shows sind noch ein ganz großer Faktor Genau Aber ja, sonst denke ich, dass Skinny eigentlich vieles abgedeckt hat Aber wie ihr auch schon gesagt habt, man muss immer von Fall zu Fall gucken Wie da die Vertragssituationen sind Genau, das werden wir gleich tun Und eine Sache darf man natürlich nicht außen vor lassen Ein Rapper ist ja erstmal kein geschützter Beruf oder irgendwas Ein Rapper ist einfach nur ein Geschäftsmann oder ein Typ, der Rap macht und halt selbstständig ist Viele haben ja eigene Geschäftszweige noch Jalil macht Whisky oder ich glaube, der macht keinen Whisky mehr Aber es kam mir irgendwie gerade als erstes in den Kopf Also so eine Geschichte, die eigene Reichweite nutzen, um direkt ein Produkt zu bewerben und zu branden Ist natürlich auch sehr schlau Weil wie gesagt, sobald man was verkauft, geht safe ein stabiler Gewinn über den Tresen Und solange man sich natürlich nicht völlig verrennt, das ist klar Aber Und wenn man dann halt ein Produkt hat Flair ist jetzt plötzlich scheißreich durch Maskulin Mit der Musik hat er ja nie die krassen Summen umgesetzt Zumindest wirkt es nach außen Und jetzt hat er seine Brand, die super läuft Und stopft sich die Taschen voll Und das war der Moment, wo er angefangen hat, was zu verkaufen Also wie gesagt, das sind alles Mutmaßungen Wir haben keinen Einblick in die Portemonnaies von Rappern Außer sie zeigen ihren Kontostand Aber das Thema Flex machen wir jetzt gleich auf Aber ein Rapper als Geschäftsmann so ist oft auch ein Modell, wo sehr viel bei rumkommen kann Kollegas Boss Trafo oder so, der hat arsch viel Kohle damit verdient Ja, aber du sprichst es gerade schon an So Flexen in der Musikindustrie eigentlich schon immer ein relativ großes Thema gewesen So Leute, die große Verkaufszahlen hatten Haben sich auch schon in den 50er und 60er Jahren irgendwie goldene Platten an die Wand gehängt So du zeigst natürlich, dass du mit deiner Musik Erfolg hattest Auch in Form von Reichtum Du hast dir eine krasse Karre gekauft Du rockst den heftigen Markendrip und so weiter Dass aber wirklich die Rede ist von konkreten Summen Die zwischen Rappern, zwischen Künstlern, zwischen Labels und Konsumenten Irgendwie hin und her fließen Ist ein relativ neues Phänomen Ich würde mal davon ausgehen, dass das ein Phänomen ist Das aus Amerika übernommen wurde Benji, vielleicht kannst du dazu mal kurz einleiten Ein paar Sätze sagen Ja, also ohne jetzt komisch zu klingen Hip-Hop ist in Amerika entstanden Und irgendwie kommt da dementsprechend alles So ein bisschen aus der amerikanischen Szene Auch das Geflexe über Geld Existiert da schon lange Speziell kann ich mich erinnern an Young Money Cash Money Die früh damit angefangen haben Mit ihren krassen Reichweiten zu prahlen Also Birdman als Label-Chef Und dann seine Jungs Lil Wayne da drunter beispielsweise Und ganz konkret auch Gibt es ja dieses berühmt-berüchtigte Battle Was auch so ein bisschen so eine Generations So eine Zepterübergabe darstellt Als 50 Cent und Kanye West sich, ich glaube 2007 war es Dieses First Week Sales Battle geliefert haben Also welcher Künstler, die releasen beide am selben Tag Und welcher Künstler verkauft letztendlich mehr Alben in der ersten Woche Und ich glaube das sind so mit ganz gute Beispiele Dass es auch, wie gesagt 2007 ist jetzt auch schon 13 Jahre her Dass es damals schon viel, viel um Zahlen ging Ja genau und um irgendwie ein gewisses Battle-Format Dann auch nicht nur hinsichtlich der Musik Sondern auch den Erfolgen, die man so feiern kann Ist ja logisch, das ist ja irgendwie in einer kapitalistischen Gesellschaft Fast schon zugrunde liegend Trotzdem ist das natürlich gerade ein interessanter Trend Der im Deutschrap angekommen ist Wir gucken, wir blicken auf eine Woche zurück In der die Rede war von einem 8-Millionen-Vorschuss für UFO Das begeisterte so durch die Rap-Medien 8-Millionen-Deal, was genau 8-Millionen-Deal, richtig Sehr gut, dass du es sagst Weil wir werden das ja nachher hier auch nochmal ein bisschen aufdröseln So, dass es da auch verschiedene Vertragsmodelle und so weiter eben gibt Ja, wobei in dem Fall Muss es ja nicht mal um einen Platten-Deal gegangen sein Es könnte ja auch ein Testimonial-Deal gewesen sein Oder so, was wir vorher hatten Mit Nike, mit Sprite, was auch immer Jedenfalls sind alle aufgeschreckt Weil UFO hat sich irgendwie 8 Millionen an Land gezogen Und ein Negativ-OG sitzt im 16-Bars-Interview mit fetten Zwanni-Batzen in der Hand In dem er so rumwuschelt, während er redet und erzählt von seinem 800.000-Euro-Vorschuss und so weiter Es ist also insgesamt Stimmt, 900.000, ne? Ja Ja, richtig Es ist allgemein zu einem Thema geworden und darüber wollen wir uns halt unterhalten Ist es überhaupt sinnvoll für die Künstler, das alles so offen zu gestalten? Irgendwie so offen über Summen zu reden? Wen interessiert das überhaupt? Ist hier die Frage Genau, da wollte ich auch nochmal gerade einhaken Und zwar habt ihr jetzt bisher über Negativ-OG immer mit so einem kleinen negativen Unterton gedehlt Ja Also der labert nur über Geld und so bla 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 In Amerika ist es tatsächlich, glaube ich, sogar ein bisschen anders Weil wenn die Amis da über Geld reden, dann ist es meistens nicht so ein Ohr, der soll mal seinen Mund halten, warum gibt der so an Sondern eher so ein Guck mal, ich hab's aus dem Ghetto geschafft Und kann mir jetzt fette Uhren leisten Und hab so einen Batzen Geld am Ohr Ja, klar Also so eine etwas gönnerhaftere Attitüde bei der ganzen Sache Genau, also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so ein kultureller Unterschied Dieser American Dream mäßig Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Also klar ist ein kultureller Unterschied insofern, dass das Gefälle zwischen Arm und Reich in Amerika Sicherlich vielerorts nochmal krasser ist als in Deutschland oder in Westeuropa so grundsätzlich Aber dieses zu jemandem aufschauen, der es geschafft hat Der offensichtlich den Sprung gemacht hat vom Tellerwäscher zum Millionär Das finden die Leute hier auch sehr interessant und sehr spannend und sehr und 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 irgendwie vorbildlich Also es wird dann schon in Kreuzberg auf der Straße darüber gesprochen, dass Mert einen 1,5 Millionen Vorschuss von Warner gekriegt hat und dann ist schon so die Attitüde mitschwingt so Okay, das ist einer von uns, der hat's geschafft, der hat den Sprung gemacht Ich glaube, da geht's dann aber nicht nur um dieses Er hat's aus dem Ghetto geschafft, weil Mert macht ja seit vielen Jahren erfolgreich YouTube Die Musik läuft auch gut so, der wird sowieso nicht am Hungertuch nagen Das ist jetzt nicht neu, dass Mert es geschafft hat Ich glaube, da geht's weniger nur um den monetären Flex, sondern um den Marktwert Und wenn Mert einen Marktwert hat, der 1,5 Millionen Vorschuss rechtfertigt, dann überrascht einen das Wenn Negativ OG, der hat bei weitem keine Klickzahlen und Followerzahlen auf seiner Seite Die diesen Vorschuss rechtfertigen, das heißt, da wird ein Potenzial investiert Da sagt sich das Label, okay, der wird richtig large, aus dem können wir richtig was machen Deswegen geben wir dem diesen Vorschuss, damit wir uns dieses enorme Gewinnpotenzial sichern Und das ist, glaube ich, viel mehr, worum es da geht Um den Marktwert und darum zu beweisen, wie krass man ist, weil ein Label bereit ist, diese Summe in die Hand zu nehmen Das ist ja eher, was du damit interessierst Das heißt, damit kannst du einen Künstler sogar etwas höher platzieren, als er vielleicht sogar wert ist Auf künstlerischer Ebene Sehr gutes Beispiel auch Kollegah, der damals für Gent angeblich 400.000 Euro Vorschuss hingeblättert hat Und das erzeugt natürlich erstmal Schlagzeilen bei Rap Update und alle sagen so Wow, okay, wenn der 400.000 Euro kriegt, ohne bisher irgendwas gemacht zu haben von einem Kollegah Dann wird der wohl abreißen, dann muss das krass sein Aber der hat richtig in sein Label investiert und es ist ein sehr gutes Beispiel, dass sich das nicht immer rentiert Ja, das ist auch ein anderes Thema, können wir vielleicht auch nochmal irgendwie drüber sprechen an anderer Stelle Aber es soll ja um diese Vorschüsse gehen, die irgendwie so durch die Gegend geistern Und ich habe mich mal so ein bisschen bei Rap Update durchgewühlt und festgestellt, dass das tatsächlich eine wichtige Säule geworden ist Zumindest in diesem Bereich Rap, Trash, Journalismus Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, der Leute zu interessieren scheint Und das finde ich auch spannend Also bei mich als Rap-Hörer juckt es gar nicht, wer wie viel Vorschuss gekriegt hat und was da für Summen rumgeistern Aber scheinbar hat das einen enormen Impact dann auch wieder in die Konsumentenschaft Und ich glaube zum Beispiel ein Bones MC, der seinen Sparkassenkontoauszug 2017 gepostet hat Und da zu dem Zeitung irgendwie 1,4 Millionen Euro auf dem Konto hatte Obwohl er seiner Mutter schon ein Haus gekauft hatte und so weiter Das hat halt für Aufmerksamkeit gesorgt und gleichzeitig auch eine Form von Authentizität hergestellt Bei der Hörerschaft, die sich so dachte, okay cool, Onkel Bones macht sogar das öffentlich Teilt sogar das mit uns, bedankt sich in dem Rahmen bei uns für unsere Käufe im Merch-Store und so weiter Also das könnte vielleicht auch ein Punkt sein, an dem das den Künstlern was bringen könnte Das alles so transparent zu machen Wir sollten an der Stelle vielleicht mal einordnen, wie so ein Vorschuss überhaupt funktioniert Weil ich glaube, dieser Begriff geistert immer sehr viel rum Aber viele Leute wissen gar nicht, wie das funktioniert und was es damit auf sich hat Weil technisch gesehen ist das ja eigentlich nichts anderes als ein sicherer Kredit ohne Zinsen, wenn du so willst Weil den kriegt halt der Künstler, den kriegt der eben als Vorschuss Das heißt, damit er in der Zeitraum, in dem er dann für das Label abliefert und die Musik produziert Damit er in der Zeit leben kann, damit er von diesem Geld die Musik produzieren kann Aber das ist nicht einfach so Hier, du kriegst schon mal 900.000, weil du wirst uns alle so reich machen Sondern das muss natürlich wieder eingespielt werden Und wenn jetzt von diesen Vorschüssen die Rede ist, dann wird ganz, ganz, ganz viel außer Acht gelassen Da spielen nämlich so viele Faktoren mit rein, dass man eigentlich kaum noch beurteilen kann Wie viel ist das wirklich wert, wie viel Wertschätzung bzw. was steckt da wirklich hinter Alleine schon, weil wenn jetzt negativ OG, bei dem Beispiel bleiben wir jetzt mal Wenn der jetzt von einem 900.000 Euro Vorschuss redet, dann wissen wir erstens nicht Was ist überhaupt der Vertragsumfang? Kriegst du 900.000 Euro Vorschuss, um ein Album zu machen oder drei Alben oder nur fünf Songs? Was ist überhaupt der Umfang des Vertrags? Dann stellt sich die Frage, stehen in diesem Vertrag Optionen drin? Das bedeutet, und das ist gang und gäbe, also in so ziemlich jedem Vertrag steht eigentlich eine Option Die kann dann das Label pullen, oder nicht in so ziemlich jedem, das ist jetzt wieder sehr allgemein gesagt Wie gesagt, es ist wirklich, wirklich, es gibt eigentlich nichts, wo man sich festlegen kann und sagen kann Ja, das ist allgemeingültig so, weil jeder Vertrag ist Verhandlungssache, jede Klausel ist Verhandlungssache Aber in vielen Verträgen steht eben diese Option und die bedeutet, das Label hat die Möglichkeit zu sagen Ey, lief doch, tipptopp, du machst jetzt nochmal, was auch immer in der Option festgelegt ist Zum Beispiel zu einem Vorschuss von diesmal, meistens steigt der Vorschuss dann, weil es natürlich zieht das Label die Option nur, wenn man erfolgreich war Aber dann wird eben gesagt, so und jetzt machst du für 1,2 Millionen Vorschuss nochmal 20 Tracks oder so Und diese Option schreibt sich das Label in den Vertrag, dass sie den Künstler halten kann, wenn er erfolgreich ist Und er nicht einfach sich vom Acker machen kann Sowas steht in vielen Verträgen drin und sowas schmälert schon mal den Wert, den der Vorschuss für dich hat, weil du dich sehr lange bindest Das sind alles Faktoren, die musst du bedenken Weil du im Zweifel auch Rechte irgendwie abtrittst Das ist das Nächste, genau Allein dadurch die Summen halt trügen Welche Rechte behältst du überhaupt? Was du vorher auch gesagt hast, Benji, über den Liliadi-Vertrag Hast du noch deine Merch-Rechte? Oder musst du auch beim Merch abgeben ans Label? Wenn du einen Deal machst mit Sprite, wie du meintest Kannst du das dir voll in die Tasche stecken? Bla, bla, bla Wo verdient das Label überall mit? Wie viel umfasst überhaupt dieser Deal? Also es gibt so viele Vertragsfaktoren, die man kennen muss, um zu bewerten Ob das überhaupt ein gutes Angebot ist, das Negativ-OG da wahrgenommen hat Oder ob er sich vielleicht voll hat ficken lassen Weil es einfach so einschneidend ist Und ihm... Es gibt sogar Verträge, da musst du, wenn du den Vorschuss nicht recoupst, das aus privater Tasche zurückzahlen Dann sitzt du auf einem Schuldenberg, dann hast du wirklich nur einen Kredit Also es gibt so viele Faktoren, die dieses Vorschuss so und so hoch eigentlich erst einordnebar Das Wort existiert nicht, einzuordnen Wie sagt man das? Egal, die es ermöglichen, diese Summe einzuordnen Das wollte ich sagen Und wenn man die alle berücksichtigt Das heißt, wenn man diesen Vertrag in Händen hält, sich damit auskennt Und ihn sich durchgelesen und ein Bild gemacht hat Eigentlich kann man erst dann beurteilen, was ist das überhaupt für ein Deal Und vorher, diese ganzen Summen, die rumgeistern, sind absolut nichtssagend Genau, das heißt, ein Vorschuss ist kein Handgeld Von einem Vorschuss gehen Steuergelder ab Das ist viel mehr ein Darlehen, als einfach irgendwie ein Geschenk vom Label, um dich irgendwie zu locken Das Geld muss alles zurückkommen, du hast es gerade sehr, sehr gut erklärt Genau, und dazu vielleicht auch noch ein kleines Add-on Meistens ist das sogar so, dass man den Vorschuss nur mit Musik zurückzahlen soll Also Merchandise-Geld oder so geht da gar nicht mit rein Also da geht es ja wirklich nur um Musik Ja, und im Zweifel bezahlst du deine eigenen Marketing-Kampagnen Musst halt die großen Plakatier-Aktionen in großen Städten irgendwie mitfinanzieren Für dein Album musst du die Produktionskosten davon bezahlen Von Videodrehs beispielsweise Oder von den Boxen, ja Also da kommen schon enorme Beträge zusammen Und es ist ein extremes Risiko, gerade für junge Künstler, die neu ins Game kommen Naja, also oft hört man zumindest von Künstlern, die einen stabilen Vorschuss bekommen Die aber so wenig Plan haben und die vielleicht auch ein Management haben Das macht dann ein alter Kumpel, der hat jetzt auch nicht so viel Plan oder so Und dann kriegt man aber einen nice Deal, kriegt eine Chance Und dann wird aber falsch budgetiert Oder es werden gar nicht erst die Steuern so richtig berücksichtigt Und deswegen hat man Schulden oder so Also es gibt auch bekannte Rapper, die heutzutage schon als Oldschool-Größen fast schon gelten Die auch ihre Zeit hatten, wo sie irgendwie durch kleine schäbige Clubs tingeln mussten Obwohl sie schon deutlich größer waren, was den Marktwert und das Level ihrer Karriere angeht Weil sie sich halt vergaloppiert haben mit ihrem Vorschuss Also du kriegst einfach eine große Summe Geld Und musst wie ein Unternehmer, wie ein Geschäftsführer für dich selbst damit haushalten Da ist auf jeden Fall auch so ein bisschen eine Gefahr, finde ich Vor allen Dingen für junge Künstler wie jetzt Negativ-OG Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt der ist Ich schätze mal auch so Anfang 20 vielleicht Wenn dann so ein Label kommt und dann mit den 100.000 Euro wedelt Und in dem Alter ist man einfach beeindruckt von so einer Stange Geld Und dass man dann unüberlegt vielleicht sogar was unterschreibt Will ich ihn jetzt nicht unterstellen, wie gesagt, wir wissen seine Vertragssituation nicht Aber dieses Label winkt mit dem großen Geld und junger Künstler, gerade aufstrebend Ist schwer beeindruckt und geht dann diesen Deal ein, der letztendlich gar nicht so geil für ihn ist Das ist auch ein Problem, was man auch in den Staaten viel beobachten kann Da ist mittlerweile eher so die Wave, dass man so lange wie möglich independent bleibt Gar nicht bei den Major-Labels unterschreibt Lieber nur so einen Vertriebsdeal oder so macht Aber ja Na total, da gibt es ja auch in Deutschland extrem viele Beispiele aus der Vergangenheit Die heute predigen, dass das damals der falsche Schritt überhaupt war Sich krasse Wertgegenstände ranzuholen, krass rumzuflexen Irgendwie den erstbesten Vertrag zu nehmen, weil da eine fette Summe drauf stand Ein Sammy Deluxe ist ein gutes Beispiel Ich glaube auch Kul Savasch war am Ende nicht ganz zufrieden mit seiner Zusammenarbeit Beim ersten Major, wo er war Die haben sich sogar hochgradig verschuldet Und deswegen hoffe ich sehr, dass Negativ OG beispielsweise Wir hangeln uns jetzt so an dem lang, es gibt ja viele weitere Beispiele Aber dass der sich da nicht abziehen lässt Und sich dessen bewusst ist, dass dieser Vorschuss erstmal nur eine fette Summe an Kohle ist Aber zugutehalten, sorry Skinny Zugutehalten würde ich negativ jetzt auch noch In dem Interview sagt er auch zum Beispiel, dass er das Geld in eine Eigentumswohnung investieren will Und das ist zumindest eine feste Geldanlage, die Sinn macht Wenn da dann auch noch ein eigenes Musikstudio drin ist, wo er seine Songs in Zukunft aufnehmen kann Und in Zukunft keine Miete mehr zahlen muss für Studio oder Studiogebühren Das ist dann natürlich nochmal auch eine Investition in seine Kunst Und ich weiß jetzt nicht, ob er da jetzt im Studio drin ist Aber zumindest schon mal die Investition in die Immobilie ist ein richtiger Schritt, meiner Meinung nach Und die Uhr, die er sich gekauft hat, ist eigentlich auch eine Investition Luxusuhren steigen meistens im Wert Also das wirkt zwar wie eine Prasserei und er will auch, dass es so wirkt Aber eigentlich ist es auch ein Investment, glaube ich Ja, trotzdem grundsätzlich finde ich kritikwürdig, dass das Reichtum dann irgendwie auch zur wichtigsten Imagesäule von Künstlern wird Sobald sie mal irgendwie einen Stapel Geld gesehen haben Und das ist halt ein Phänomen, das mir bei vielen Modus Mio-Rappern, nenne ich sie jetzt mal wieder, eben einfach auffällt Dass du zwei Songs machst, wo du über deine Lebensumstände rappst Und der vierte Song handelt dann eben davon, dass du es geschafft hast Und das ist die ganze weitere Legacy über dann irgendwie dein Kernthema Das heißt, du definierst dich dann halt über die Uhr und wie viel Geld du auf dem Konto hast und wie viel Goldene und so Und ich weiß nicht, das hat mit dem Ursprungsgedanken von Hip-Hop, der hat auch wenig zu tun und ist mir einfach zu dünn Auch wenn ich es den Leuten gönne Das ist jetzt echt ein Rentnergerede, Dicker Schau mal Ich meine, an sich ist dieses ganze Geld- und Flex-Thema einfach nur ein generischer Textfüller Genau wie Punchlines, wie ich bin der krasseste MC und alle anderen sind wack Genau wie solche Representer-Battle-Songs, wo einfach irgendwas geredet wird, was einem gerade kreativ in den Sinn kommt Aber sich kein krass roter Faden durchzieht und sich keine Message durchzieht Das kommt völlig auch selber raus, wie wenn du die ganze Zeit erzählst, wie rich du bist, wie schnell dein Auto ist und was sonst so Das sind halt einfach Filler-Texte und die gibt es halt, weil was erwartest du, dass jeder Song ein krasses Konzept bedient Das ist ja auch völlig in Ordnung Ich verstehe, dass es nervt, die ganze Zeit nur über Geld zu hören, weil es einfach nicht so ein spannendes Thema ist Was für ein Auto du fährst und was für eine Uhr Also mir gibt es auch wenig Aber zu sagen Naja, das sind einerseits Filler, andererseits ist das ja aber auch einfach das Kern-Image Zum Beispiel eine 187-Straßenbande geworden, dass man vom guten Leben erzählt, was man sich leisten kann, weil es mit der Musik geklappt hat Aber was sollen die denn sonst erzählen? Also das ist ja im Grunde Real Talk Was sollen die denn sonst erzählen? Geschichten aus der Hood Ja, aber das wäre ja viel mehr Fake, als wenn sie jetzt von ihrem Geld erzählen Das wäre ja viel künstlicher Weil sie haben ihr Hood-Zeug doch erzählt, sie haben es ja offensichtlich weitgehend auserzählt Und ich meine, gerade bei 187 sind ja immer noch viele Hood-Texte Ist ja nicht so, als würden sie jetzt nur noch über Geld reden Es geht immer noch um Päckchen und bla und blub Das stimmt, aber sie sind schon seit vier Jahren straight dabei, der Öffentlichkeit zu zeigen, was für ein Leben sie aktuell führen Haben sie ja auch Was spricht denn dagegen? Es ist ja auch ein bisschen Rap, also authentische Rapper erzählen halt ihre Lebensgeschichte Früher hatten sie halt noch nicht so viel Geld und heutzutage haben sie halt die AP, die Rolex und am besten noch drei Uhr zur selben Zeit am Arm oder so Ja, aber ich glaube, da kommt noch eine ganz andere Geschichte ins Rollen, nämlich auch wieder ein gewisser Promoaspekt Ich glaube einfach, dass die Leute es lieben Diese Illusion vom reichen Rapper, von dem, der es von ganz unten nach ganz oben geschafft hat Die Leute stehen einfach auf Erfolgsgeschichten und das ist halt auch eine ganz klare Masche Das ist nicht nur ein Filler, das ist nicht nur ein Lifestyle, das ist auch ganz einfach ein Marketing-Tool Klar, natürlich, aber das ändert ja nichts daran, dass gerade bei den Beispielen, die wir hatten Ich finde, Kalim ist ein sehr interessantes Beispiel Weil Kalim war für mich jemand, der hat immer extrem davon gelebt, dass er diesen Hunger und diesen Hustle, dass er das alles so wahnsinnig authentisch rübergebracht hat Und seit man merkt irgendwie, dass er relativ weit weg ist, ich sage jetzt nicht weit weg von der Straße generell Und der wurde ja auch von nicht allzu langer Zeit wegen Kram verhaftet, der in meinem Leben zum Beispiel nicht stattfindet Ich fahre nicht mit einem Bündel und einer Schafen im Handschuhfach durch die Gegend oder so Das war krank, Alter Wobei ich auch nicht weiß, macht einen das Gangster und was hat es damit auf sich Das kann, also, Sierra Kidd erzählt auch, dass er mit einer Knarre durch die Gegend fährt Egal, unabhängig davon hat Kalim auf jeden Fall für mich sehr viel von seinen Qualitäten eingebüßt In dem Moment, in dem er einfach dieses Leben verlassen hat Da kann er gar nichts für Aber ich will nicht hören, wie er über Cabrios redet Weil für mich war sein Steckenpferd, dass er mit einem Fuß immer in diesem Kriminalitätssumpf steckt Und jetzt, also, verstehe mich nicht falsch Ich wünsche Kalim ein gutes Leben und ich möchte, dass er nicht kriminell sein muss Aber für den Reiz, den die Musik ausgeübt hat und für das, was die Kunstfigur Kalim verkörpert hat Und für das, was sich einfach, was so mitschwingt, weißt du Das funktioniert für mich nicht mehr Guter Rap gedeiht im Dreck Mäßig Ja, aber erwartet ihr dann von solchen Künstlern, dass sie ihr Leben lang über diesen Struggle rappen Wenn sie den gar nicht mehr erleben Nein, 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 das auf jeden Fall nicht Aber ich erwarte von diesen Rappern, wenn sie ein gesundes Kunstverständnis haben Trotzdem, dass es fortlaufend nicht mehr nur einzig und allein darum geht Wie viel Geld man angehäuft hat und wie bequem das neue Leben ist Ja, und bei Kalim ist dieser Wandel, den ich beschrieben habe, ja ein Reeler Also, er bleibt ja authentisch Ich werfe ihm das gar nicht vor Nur für mich ist durch diese Veränderung, die bei ihm eingekehrt ist Die Musik deutlich weniger interessant Es gibt trotzdem noch geile Kalim-Songs Der Lowrider mit Nemo oder so, den höre ich heute noch gerne Aber eben auch ganz, ganz viel, was einfach mir überhaupt nicht mehr das bieten kann Was ich an Kalim geschätzt habe Ja Nochmal eine vielleicht ganz andere Sache zu diesem ganzen Themenkomplex Nochmal eine andere Perspektive Das Label spielt ja da auch immer eine wichtige Rolle Es wird alles irgendwie offen gemacht Rap-Update-Titel Der 21-jährige Dardan ist seit seiner Universal-Unterschrift Für sein ganzes weiteres Leben lang abgesichert Samra rappt auf Marlboro Roth Ich bin im Recht, wenn ich einen besseren Vertrag verlange Also diese ganzen Verhandlungsbasen und die Summen werden halt nach außen gekehrt Ist das im Interesse eines Major-Labels? Ich glaube, es ist denen egal Also Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so zweischneidig Also einerseits könnten die Künstler ja auch denken So, oh mein Gott Negativ OG kriegt von denen 800k Zu denen will ich auch Die zahlen anscheinend viel Geld Und ich kriege vielleicht sogar noch mehr Geld von denen Also flexen die Labels auch ein gewisser Maßen mit ihrer Kohle, meint ihr? Also bei denen täuscht es ja genauso wie bei den Rappern Darüber hinweg, wie viel da enthalten ist Wir können das ja gerne jetzt mal aufdröseln mit dieser Beispielrechnung Gerne, ja Soll ich loslegen? Unbedingt Dann lass uns mal gucken Nochmal der Disclaimer Wirklich Es kommt komplett aus meinem Kopf Es könnte kompletter Bullshit sein, was ich rede, ja? Aber ich habe ja Orientierungen Ich kenne mich ja ein bisschen aus Und kann zumindest aufdröseln, was für Posten anfallen Und wie die ungefähr gewichtet sind Es kann sehr weit von dem abweichen, was Negativ OG wo reinsteckt Aber er ist jetzt wirklich nur ein Beispiel dafür, wie so eine Rechnung zum Beispiel aussehen kann Und die Gewichtungen, die ich jetzt vornehme, sind jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen Es heißt nur nicht, dass sie bei Negativ OG so zutreffen Weil wie gesagt, es ist sehr viel Verhandlungssache Aber alleine schon, dass das Management zum Beispiel sich direkt mal was in die Tasche steckt Und das sind meistens so 20% ist Standard Könnten auch 15 sein Es könnten sogar ein bisschen mehr sein Wahrscheinlich aber eher weniger Aber 20% wären 180.000 Euro von diesen 900.000 Dann sind schon nur noch 720.000 übrig Dann rechnen wir mal für die ganze Album-Produktion 50.000 Das können auch deutlich mehr sein, je nachdem Es können auch weniger sein Ich rechne so 1.000 bis 2.000 pro Beat Je nachdem, mit wem er arbeitet Wenn er sich teuer aus den USA einkauft Was ja gerade so diese Generation bestimmt gerne ins Auge fasst Dann kostet es gut was mehr Davon gehen wir jetzt aber mal nicht aus Deswegen hauen wir so 25.000 für Beat-Produktionen raus 10.000 für Studiomiete Wenn er sich ein gutes Studio gönnt Und wenn er normal arbeitet Auch wenn er da halt einen gewissen Future-Sound haben will Naja, das ist alles noch Luft nach oben Ich setze jetzt nicht super hoch an Ich setze auch nicht super niedrig an Aber wie ich es halt schätzen würde Ein gesunder Durchschnitt Also es ist wirklich einfach meine Schätzung Ich sage nur, sie kann weit weg von dem sein Aber Mix und Master kosten dann nochmal richtig ordentlich Da kannst du bestimmt 15.000 für rechnen Wenn du das gut machen lässt Hier in Deutschland, wenn du es in die USA schickst Auch nochmal nach oben hin Kannst du richtig in die Tasche greifen Aber das wäre so die Album-Produktion erstmal Darum ging es im Interview lustigerweise gar nicht Was er mit dem Geld macht Stimmt, ja Wäre für mich interessanter gewesen als Fan Wo lässt du es mastern? Wer produziert? Was sind deine Bedingungen? Ich meine, das sind ja jetzt ganz andere Produktionsniveaus Die sich ihm erschließen Vor allen Dingen wäre die Frage interessant gewesen Was ist, um was für einen Deal es sich genau handelt Ich glaube, das wurde gar nicht geklärt Das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen Dass es halt so viele verschiedene Deals gibt Und Prozentverteilung Und wer kriegt wie viel von was und sowas Genau Ist überhaupt nicht klar geworden Wie riskant das alles auch für ihn irgendwie ist Aber das wären halt auch die Wareninterna Diese Summe, wie gesagt Die sagt einfach nichts aus Außer, dass man eine grobe Vorstellung kriegt Um welchen Umfang es sich handeln könnte Und dass du halt als naiver Hörer eben sagst Oh mein Gott, mein lieber Kokoschinski Das ist aber eine Summe Wow Genau, klar Aber wenn du in Wirklichkeit dir einen Einblick verschaffen willst Dann musst du halt deine Bewertung des Marktwertes des Künstlers Damit abgleichen Wie, also mit diesen ganzen Faktoren, über die wir hier sprechen Ja So, ja Genau, jedenfalls sind dann nochmal 50k weg Für die Albumproduktion von den 270.000 Das heißt Oh toll, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe So dann jetzt live Kopf rechnen muss 220 Wie 220? Bleiben von 270 Oder wie meinst du? Dann bleiben 220 Wenn du 50.000 abziehst Alex, dann bleiben 770.000 Achso, ich dachte Du bist gerade von 270.000 ausgegangen Nein, nein, nein 720.000 minus 50.000 Mathelehrer bist du ja nicht geworden Nö, 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 nö Nullpunkte Mathe-Abi, Alter Ernst Also 670.000 bleiben übrig Alter, ich war bei Mathe auch so ein Nullpunkte-Dude Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert Ich hab trotzdem mein Zeugnis bekommen Das ist die Hauptsache So, dann werden Videos gedreht Und hier ist wirklich extrem viel Spielraum Man hört ja von Also was zum Beispiel Flair Wieder in seine Videos reinvestiert Das ist fast schon nicht wirtschaftlich Hab ich das Gefühl Weil der wirklich viel Geld dafür in die Hand nimmt Dass die Visuals immer glänzen So Und ob negativ OG das jetzt machen wird Oder nicht Keine Ahnung, Mann Aber Da wir mit irgendwas arbeiten müssen Schätzen wir auch wieder einfach mal so Im Mittelmaß 50.000 bis 70.000 Hab ich jetzt mal so Veranschlagt Für die komplette Promophase Also 10.000 bis 20.000 pro Video Wenn er viel macht Je nachdem Das muss natürlich alles Zumindest irgendeinem Major-Standard entsprechen Der kann sich nicht Theoretisch Je nach Vertrag Kann er es vielleicht auch Vielleicht ist im Vertrag Aber auch die Budgetierung geregelt Auch sowas wissen wir nicht Deswegen würde ich jetzt mal 70.000 rechnen Für ein paar schöne Videos Die sind nämlich immer ein Schweineteurer Posten Nur eine Sache ist noch teurer Und die hat man gar nicht Auf den ersten Blick auf den Schirm Nämlich Ist es relativ wahrscheinlich Dass der gute Mann Auch seine Promo Selbst finanzieren muss Ja Und das ist ein Posten Den kannst du bis nach oben hin Ins unendliche Ihr kennt doch zum Beispiel Diese Kompletten Hausfassaden Mit Spotify Werbung Wo ein ganzes Haus Mit einem riesen Spotify Plakat Drauf ist Wo ein spezifischer Künstler Beworben wird Und so eine Geschichten Wobei ich glaube Das zahlt Spotify Ja Nein Ich meine nur als Beispiel Was für einen Umfang das haben kann Ja klar Ich glaube das ist Eine Zusammenarbeit Du kannst eine Straßenbahn Bedrucken mit deinem Album Cover Du kannst Wie damals Bushido Am Kudam Eine komplette Häuserfassade So eine Gerüstverkleidung Irgendwie aufziehen Also Und Wie du schon sagst Da ist Da ist sehr viel Luft Nach oben Da hast du quasi kein Kein Maximum Und wenn du Wenn du auch noch Nicht nur physische Werbung Einberechnest Sondern alle möglichen Posten Die damit anfallen können Wenn du auch online Deine Die Algorithmen boostest Bla 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 Also die Reichweiten Da kann natürlich einiges bei rumkommen Ich habe jetzt 80.000 gerechnet Und nochmal 20.000 für Übrige Posten Für Fahrten Vielleicht bezahlst du jemanden Der deinen YouTube-Kanal betreut Und den pflegt Und so eine Geschichten Einfach mal noch 20.000 pauschal Für Quatsch rausgehauen Weil es eh eine Milchmädchenrechnung ist Wenn du so willst Und Wir so Eine runde Summe haben Jetzt sind nämlich 220.000 Für den ganzen Produktionskrempel weg Für die ganze Promo weg 180.000 für deinen Manager Das heißt 400.000 sind schon mal weg 500.000 sind übrig Bleiben bei negativ OG Die muss er jetzt versteuern Hier ist auch wieder schwer einzuschätzen Was er überhaupt für Für ein Gesellschaftsmodell hat Ob er ein Ein-Mann-Unternehmen ist Also ein Einzelunternehmen Ob er eine GmbH angemeldet hat Vielleicht auch eine GbR mit seinem Manager Keine Ahnung Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten Aber auf jeden Fall wird er Plus minus 40% versteuern müssen Vielleicht 60% Vielleicht nur 30% Keine Ahnung Aber auch hier runden wir Auf 200.000 Was wahrscheinlich relativ realistisch ist Wenn er 500.000 versteuern muss Heißt Bei ihm bleiben 300.000 hängen Davon hat er sich nur Und eine Wohnung gekauft Also allzu viel wird es nicht mehr sein Keine Ahnung ob es stimmt Vielleicht hat er jetzt auch noch Die Taschen voll mit Geld Und hat noch 500.000 übrig Das glaube ich aber nicht Weil ich denke Meine Rechnung ist auch nicht An den Haaren herbeigezogen Genau Aber der nächste Step Jetzt in seinem Fall Wäre zum Beispiel Diese 900.000 Ja auch wieder einzuspielen Mit seiner Musik Das heißt Bis es das nächste Mal Dann einen fetten Batzen Zwannis gibt Einen richtig fetten Batzen Zwannis gibt Vergeht jetzt einiges an Zeit Und er muss liefern Der Batzen Zwannis könnte das sein Was er jetzt noch auf Tasche hat Tatsächlich Könnte sein Könnte wirklich sein Der letzte Rest Naja nach einer Wohnung Und einer Uhr Und wie gesagt Wir haben ja festgestellt Eigentlich sind es Investments Also der hat sein Geld Jetzt nicht dumm verballert Und wenn ich Eine Eigentumswohnung Und eine fette Luxusuhr habe Und noch ungefähr Ein Kilo 20 Euro Scheine Dann kann ich schon gut Damit haushalten Glaube ich Ja Jedenfalls war das jetzt mal War das jetzt mal Eine Vorrechnung Und Ja eine Art der Verdeutlichung Für euch Dass 900.000 Euro Dann nicht gleich 900.000 Euro In bar sind Mit denen man machen kann Was man will Ja man schuldet jetzt auch Erstmal meine Stimmbänder Wir hatten auch noch vorab Ich glaube eine ganz Wichtige Diskussion dazu Weil beispielsweise Ein Tori Lanes gesagt hat Der jetzt endlich Nach ich glaube Zwölf Zwölf Alben Aus sein Label Die raus ist Und meinte Er unterschreibt nichts mehr Unter 100 Millionen Diese 100 Millionen Kann man natürlich nicht Mit den 800.000 Von Negativ Vergleichen Weil man einfach nicht weiß Was für Was für ein Vertrag Das Ganze dann ist Könnt ihr euch dran erinnern An die Diskussion Die wir geführt haben Ja natürlich Ich glaube bei Tori Lanes bleibt dann Trotzdem etwas größerer 20 Euro Ja ja klar Oder jetzt Neymar Style Keine Ahnung Juice WRLD hat für 3 Millionen Dollar Unterschrieben Und Lil Pump Für 8 Millionen Dollar Und eigentlich denkt man ja Juice WRLD ist viel größer Als Lil Pump Aber Ja wie gesagt Man weiß nicht Wie die Struktur Des Deals ist dann Und dass Das UFOs Marktwert Höher ist Als Juice WRLD Nur weil UFO Ein 8 Millionen Dollar Deal auf dem Tisch Liegen hatte Ist halt einfach Absolut Keine Kausalität So Also da hast du Keinen Zusammenhang Und keine Vergleichbarkeit Nur weil irgendeine Summe ist Ich kann sagen Boah ich hab bei Rewe Nen 500 Euro Deal gemacht Weil ich Für 500 Euro Irgendeine Scheiße Einkaufe Irgendjemand anderes Macht bei Rewe Nen 5 Euro Deal Weil er für 5 Euro Irgendeine Scheiße Einkauft Aber er hat dann halt Nur für 5 Euro Toast Und Belag gekauft Und ich hab für 500 Euro Den halben Laden leer gekauft Das heißt nicht Dass irgendwer Den besseren Oder schlechteren Deal gemacht hat So vielleicht Auch mal zur Vergleichbarkeit Eine ganz dumme Metapher Bei UFO Vielleicht kann man auch Noch dazu sagen Dass er über die Summe spricht Bevor er den Vertrag Unterschrieben hat So wie Tory Lanez halt auch Er unterschreibt Nichts mehr unter 100 Millionen Das ist dann Vielleicht auch so Kann man dann Wahrnehmen als Ansage An Partner Die an UFO Jetzt herantreten wollen In Zukunft Ey da ist so Meine Meine Gage Das ist halt auch wieder So eine Art von Offenlegung Die ich irgendwie Problematisch finde Also wäre ich zum Beispiel Jetzt A&R bei Universal Und Samra würde rappen Ich bin im Recht Wenn ich einen besseren Vertrag verlange Dann ist das schon Eine recht harte Ansage Weil er das auf einem Song Äußert Und das sind eigentlich Internas Weißt du Also deswegen vorhin Auch meine Frage Wie die Labels Damit umgehen Was bringt denn Irgendwem diese Internas Außer dass vielleicht Andere Labels Jetzt Bescheid wissen Dass er mit seiner Vertragssituation Nicht zufrieden ist Ja Das wirft halt Das wirft ein schlechtes Licht auf das Label Und es ist eine sehr Offensive Aufforderung Neu zu verhandeln Wenn du das in deinen Track mit einbindest So Das ist ja wahrscheinlich Schon passiert Wahrscheinlich ist das Passiert Aber es ist Er erwähnt das In einer Aufreihung Von Seinen aktuellen Lebensumständen Und das fand ich Schon irgendwie Bemerk Wie sagt man Merkwürdig Merkwürdig Sorry Kann schon sein Dass denen das Ein Dorn im Auge ist Aber Verträge Die dem Label Erlauben Die Lyrics Des Künstlers Zu ändern Sind glaube ich Zumindest Nicht mehr Wirklich Realität Ja Andere Sache Das war es Das war es Das war es jetzt Mit unserer Lehrstunde Zum Thema Vorschüsse Für heute Für heute Für heute Liebe Freunde Aber wenn ihr solche Technischen Fragen Zu irgendwelchen Industriegeschichten Oder Insights habt Könnt ihr die künftig Auch gerne fragen Uns interessiert Was euch interessiert Gerne immer in die DMs Sliden Benji Dir ist doch auch Jemand in die DMs Geslidet Genau Skinny Das ist eine gute Überleitung Denn die nächste Hörerfrage Die wir Reinbekommen haben Kommt von Key My Line Und sie fragt Wann kommt Sixten wieder zusammen Jungs Alex Vielleicht zuerst Ja Also ich habe tatsächlich Anfänglich Kurz nach der Trennung Gedacht Es könnte Eventuell Ein Marketing Move sein Die beiden erstmal Jeweils ein Solo Album machen zu lassen Um sie dann wieder Zusammenzuführen Zu großen Sixten Reunion Und so Aber scheinbar Sind da ja im Hintergrund Schon auch irgendwie Fiese Dinger gelaufen Ich glaube die können sich Echt nicht mehr gut riechen Deeskalieren das aber Auf eine sehr angenehme Art Trotzdem so Dass keiner so richtig weiß Warum es da Stress gab Ich glaube Juju Hat ja auch einen Song In die Richtung geschrieben Auf ihrem Album veröffentlicht Wo es um den Trennungsschmerz Mit Nura eben auch ging Bei Juju läuft es 1A Bei Nura glaube ich Gerade weniger gut Also zumindest sind die Spielen die inzwischen In zwei sehr unterschiedlichen Ligen Und auch das ist ein Indikator dafür Dass es keine Sixten Reunion geben wird Auch wenn ich mir das Sehr wünschen würde Weil ich diese Live-Erlebnisse Immer extrem krass fand Und den Spirit von Sixten Auf jeden Fall krasser fand Auch als den Solo-Spirit von Juju Und Nura Ja Ich teile diese Einschätzung Sehr Also jetzt Die musikalische Einschätzung Meine ich gar nicht unbedingt Aber zumindest die Einschätzung zur Sachlage Bei den beiden Wenn die wieder zusammenkommen Dann wahrscheinlich Weil sie sich davon Was versprechen Also wenn irgendwann Vielleicht beide Karrieren Nicht wirklich mehr So glanzvoll laufen Dann wäre das zum Beispiel Ein effizienter Promo-Move oder so Aber ich glaube auch Dass da ohne Irgendwelche Insights Zu wissen Dass da einiges Im Argen liegt Das merkt man ja doch Daran wie immer wieder Andeutungen kommen Aber es kocht nicht Wirklich hoch Was ich auch eigentlich Ganz gut finde Weil ich glaube Das würde eine eklige Schlammschlacht werden Und niemand würde da Wirklich als Gewinner rausgehen Ich glaube auch Wen diese ganze Sixten-Geschichte Und die Trennungsgeschichte Und so interessiert Der kann sich sehr Auf das Buch freuen Das Nura veröffentlichen wird Ich weiß nicht genau Wann es kommt Ich glaube im Oktober So eine Art Autobiografie Und Deswegen kam vielleicht Auch weniger Musik In letzter Zeit Also vielleicht ist Die Einschätzung Zum Stand von Nuras Karriere Einfach noch Ein bisschen naiv Weil die Offensive Die Juju schon gestartet hat Von ihrer Seite Noch nicht kam Ich meine ihr Album Lief jetzt nicht so gut Wie Jujus Auf jeden Fall Aber Das muss ja noch nicht Das Todesröcheln Oder so sein Nein Und die ist auf jeden Fall Nicht abgeschrieben Mit ich glaube Fast 400.000 Followern Und einer riesigen Base Und einem super Netzwerk Und immer noch Sehr viel Lebensfreude Und Signature Charakter So ich glaube Da könnte schon auch Noch mal was kommen Und das Buch Wird sicherlich spannend Vielleicht bei Bestseller-Autorin Eine kurze Google-Suche Hat auch ergeben Dass sie in dem Buch Über ihr Schweigen Über die Trennung Sprechen will Ja krass Okay Genau das hatte ich Nämlich auch schon Angedeutet gehört Vielleicht tritt das Jetzt doch Den Beef los Bei dem die Westen Beschmutzt werden Oder im Gegenteil Dann können sie Endlich wieder Zusammen was machen Wenn sie sich Ausgesprochen haben Das wäre natürlich auch Nice Also ich glaube So in 2-3 Jahren So eine 6. Reunion Ich glaube Das würde Rap Deutschland feiern Ich glaube Auf jeden Fall Paukenschlag Naja Es gab noch eine Frage Die uns gestellt wurde Und zwar wollte Jan65 wissen Ab wann ist Underground Kein Underground mehr Boah Das ist halt Eine Diskussion Die kannst du Über Stunden führen Ich habe darüber Lange mal mit Shaka One diskutiert Im Rahmen eines Juice Interviews Rest in Peace Juice Magazin In Print Format Da meinte er so Er sieht sich Als Untergrund Künstler Weil er Ein vom Mainstream Abweichenden Stil In seine Musik Verarbeitet Weil er Dinge tut Die sonst kein anderer Künstler in Deutschland tut Und deswegen ist es egal Wie kommerziell erfolgreich er ist Selbst wenn er auf 1 chartet Bleibt der Untergrund Weil Untergrund Nichts mit Verkaufszahlen Zu tun hat Und nichts mit Erfolg Zu tun hat Und da gebe ich ihm Auf jeden Fall Recht In dieser In dieser Ansage Viele Hängengebliebene True-Schooler Old-Schooler In Deutschland Sind ja schon so Auf diesem Drip Okay ab einem Zeitpunkt Wo Musik erfolgreich wird Kann es nicht mehr Untergrund sein Das sehe ich nicht so Ich sage ab 24.000 Monatliche Hörer Bei Spotify Ne Ich würde tatsächlich In eine ähnliche Richtung wie Alex Gehen Und sagen Solange man Seinen musikalischen Stil Treu bleibt Und nicht Deutlich Abändert Beispielsweise Mit Pop Features Oder sowas Bleibt man Oder ist man Noch Untergrund Also für mich Bleibt ein Künstler Oder eine Kombo Oder so So lange Untergrund Wie es Ein Vertreter Von einer gewissen Subkultur ist Ja Also wenn das Wenn das Politische Musik ist Wenn das Musikalisch völlig Abgedrehte Musik ist Die nichts mit dem Mainstream zu tun hat Oder wenn das Wirklich so Real Rap ist Dann kann das Untergrund bleiben Das hat dann gar nichts Mit den Erfolgen zu tun Die derjenige Oder diejenige Aber kann man Mainstream Genres Nicht auch im Untergrund Praktizieren Also guck mal Jetzt geht dieser Drill Hype Hier auch richtig los Und ich bin mir sicher Es wird viele Untergrund Künstler geben Die das auch Bedienen werden Viele Unbekannte Leute Oder auch wirklich Untergrund Leute Die sich dieser Drill Elemente bedienen Gerade weil die auch Für einen undergroundigen Sound Und ich glaube Es gibt schon ein Soundbild Was wir alle so Einfach als Underground beschreiben Würden So ein bisschen Lo-Fi So ein bisschen Knazig So ein bisschen Kantig Und Also das War nicht jetzt Auf gar kein Spezifisches Subgenre Aber wenn man Es jetzt auf Diesen Drill Bezieht Der doch glaube ich Auch sehr Undergroundig Klingen kann Gleichzeitig Aber wahrscheinlich Der nächste Afro Trap wird Danach sieht es Gerade aus Dann würde das Ja eurer Definition Widersprechen Und die Aufbrechen Kommt dann Finde ich auch Wieder sehr Auf den Einzelfall An Also das Ich muss das Von Künstler zu Künstler beurteilen Ob der für mich Untergrund ist Oder nicht Aber ich glaube Zum Beispiel Dass ein Luciano Oder so Der diesen Drill Film Jetzt so ein Stück Überall nach Deutschland Auch transportiert hat Der Der identifiziert sich Ja nicht mit dem Untergrund Also Ich glaube Die Frage Ist wahrscheinlich Eher in die Richtung gestellt So ist für uns Ein Big Toe Acker fatal Ist das für uns Ein Untergrund Künstler Oder sind Untergrund Künstler Die Künstler Die Künstler Die auf der Tapefabrik Sich versammeln Oder Oder sowas Also Dass halt Dass am Ende Immer sozusagen Subkulturen Und Subgenres Auch zu Mainstream Werden können Ist ein Weiterer Ist eine Weitere Diskussion Ist klar Ja aber Untergrund Ist ja kein Genre Darauf will ich Hinaus Es ist kein Genre Es sagt so Fernab vom Sound des Mainstreams Und bla 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 Aber Ich kann doch Auch als Krasser Untergrund MC Einen Afro Trap Song Raushauen Ohne Dass ich Damit Mein Untergrund Also dass ich Ab dann eben Nicht mehr Untergrund Bin Und ich glaube Deswegen muss man Die Definition Ein bisschen Abschleifen Ich sehe Voll euren Ansatz Und ich Stimme dem Auch voll Zu Aber Vielleicht Sollte man Das eher Zum Beispiel Darauf beziehen Was die Intention Ist Das kann man Dann natürlich Nicht immer Von außen So recht Beurteilen Ob jemand Underground Ist oder Nicht Aber Das ist Ja auch Nichts Was man Empirisch Beweisen Kann Oder Was so Quantifizierbaren Faktoren Wenn wir jetzt Sagen So Wenn jemand Musik macht Nur Nach seinem Musikalischen Gewissen Und nur Mit einem Musik Mit einer Musikalischen Vision vor Augen Ohne ansatzweise So marktwirtschaftliche Interessen Oder irgendwelche Kalkulierten Sachen Und sei es nur Eine Adlib Reinzubringen Ich glaube Das ist Underground Wenn es dir nur Um die Mucke geht Und überhaupt Nicht um Irgendwas Anderes Und ich glaube Insofern kannst du Auch als sehr bekannter Künstler Underground Seien Wenn Es dir einfach nur Um das musikalische Produkt geht Ich würde das Als Definition Anbieten Ja aber Finde ich cool Also Kann ich Kann ich sogar Auch mitgehen Aber trotzdem Wie gesagt Ich entscheide es Von Fall zu Fall Je nach Künstler Je nach Movement So Muss ich das Für mich entscheiden Es ist für mich Aber auch kein Ausschlusskriterium Nur weil jemand Nicht Untergrund ist Heißt das nicht Dass ich die nicht feiern kann Ich glaube Der Punkt Trotzdem Ab dem man Tatsächlich Im Mainstream Startfindet Bei Mainstream Medien In Mainstream Playlisten Ist dann vielleicht Sogar trotzdem Der Punkt An dem man Das Underground Ablegen muss Selbst wenn man Nach der Definition Musik macht Weil man Dann einfach De facto Nicht mehr Underground Ist Irgendwie Gefühlt Also du kannst Nicht gleichzeitig Mainstream Und Underground Sein Ich glaube Das funktioniert Nicht Ist man Mit Mit Major Deal Noch Underground Kann man Noch mit Major Deal Kann passieren Bestes Beispiel Skinny Finster Der einfach Das Trap Game Abgesteppt hat Und jetzt bei Universal Weiterverfolgt Das ist für mich Trotzdem Irgendwie Ein Untergrund Phänomen Ja Total Total Auf jeden Fall Okay Und da würde ich Jetzt auch sagen Solange der Sein Stil Treu bleibt Mit dem er Hochgekommen ist Und sich jetzt Keine Pop Features Ranholt Oder jetzt Auf einmal Das macht Was gerade Der heiße Scheiß Ist Beispiel Drillmusik Um halt Kohle zu machen Wie du es Ihm gesagt hast Skinny Also um Also er würde Jetzt einen Drillstorm machen Weil er weiß Okay das geht Im Moment gut ab Das ist beliebt Damit kann ich Die meisten Kohle machen Würde er jetzt so denken Und das Geld quasi Über die Kunst stellen Dann würde ich auch sagen Dass er sich von diesem Underground verabschiedet hat Ja Und dieses Kohle machen Ist ja immer so So ein Schlagwort Und das Wort Geldgeil Ist auch sehr beliebt Und so Aber ich glaube Da muss es nicht mal Direkt um die Kohle gehen Es reicht auch vollkommen Wenn man irgendein Anderes Ziel Damit verfolgt Als einen geilen Song Zu machen Natürlich gibt es Ausnahmen Wenn du das Ziel Damit verfolgst Was weiß ich Dein Dein Bruder Im Knast Aufzuheitern Oder so Dann ist das natürlich Was anderes Aber wenn du Ein opportunistisches Ziel Damit verfolgst Das ist glaube ich Der Punkt Ab dem du dann Nicht mehr Underground bist Weil du es nicht mehr Aus Wie sagt man so schön Liebe zum Spiel machst Genau Und für mich Gibt es sogar Gibt es sogar Einzelne Fälle Die Sowohl Mainstream Als auch Underground Künstler sind In verschiedenen Projekten Auch das ist für mich möglich Nehmen wir zum Beispiel Frauenarzt Der halt auch Auf vier Spur Irgendwie ein Tape aufnimmt Und das raushaut Gleichzeitig halt Das Arztenprojekt Am Laufen hat Also da gibt es so viele Graustufen Stimmt Aber vielleicht Sehr gutes Beispiel Oder auch Also ich finde auch sogar Materia und Masimoto Stimmt Weil Masimoto ist ja irgendwie Die Underground Figur Des Mainstream Künstlers Materia So nehme ich das Zumindest wahr Ja So lieber Jan Ich hoffe Wir haben deine Frage Zu deiner Zufriedenheit Beantwortet Und damit kommen wir Zum großen Finale Einer jeden Folge Genau Nämlich zu unserer Kategorie Playlists oder Tonne Wir haben einige neue Songs Hier am Start Die wir bewerten wollen Die wir im besten Fall Mit auf unsere Playlist packen Ihr findet sie auf Spotify Einfach Splash Late Night suchen Und dort ist unsere Playlist Hinterlegt Inzwischen ist sie auch Ganz gut befüllt Skinny Ich glaube du hast uns Den ersten Song mitgebracht Ja man Der erste Song Den habe ich nicht nur Gepickt wegen der Musik Sondern den habe ich auch Gepickt weil etwas Besonderes gemacht wurde Es geht nämlich um The Scots von Travis Scott Und Kid Cudi Und dieser Song Wurde prämiert im Rahmen Des Fortnite Konzertes Von Travis Scott Heißt Es gab eine riesige Travis Scott Figur Im Spiel Fortnite Das ja eh In den letzten zwei Jahren Alles rasiert hat Und gefühlt das größte Popkulturelle Phänomen Der letzten 50 Jahre Geworden ist Auch wenn man das Wieder in Bubbles Vielleicht nicht so krass Mitkriegt Und anderen wieder mehr Aber es ist ja wirklich Der Wahnsinn Was da passiert Und diese Live Performances Gab es jetzt bisher Einmal Von DJ Marshmallow Das wurde aber Auf jeden Fall innovativ Das steht fest Ja und es wird tatsächlich Irgendwie Shooter benutzen kann Oder ob das jetzt nur Für den Event war Nein nein das meine ich Ob dieser Skin jetzt auch Als freischaltbarer Skin Normal regulär Im Fortnite Das ist eine gute Frage Auf jeden Fall Gibt es da diesen Legendären Moment Von Travis Wo er den Mikrofonständer Über seinen Kopf hält Und so ins Publikum brüllt Das haben die ganz Cool nachgemacht Aber ja Alex Vielleicht auch Ein Fortnite Tanz Da wird bestimmt Auch so Dance Moves Als Tanz angeführt Die Tänze In dem Spiel Sind doch so bekannt Alex du hast eben gesagt Ein bisschen Kritik Dass man Dass vielleicht nicht Alle dieses Fortnite Ding Verstehen Beziehungsweise Was damit anfangen können Ich glaube für Fortnite selbst Hat sich das auf jeden Fall Gelohnt Ich hatte Eine Headline gesehen Irgendwie Dass die direkt Einen Rekord hatten Mit die meisten Aktiven Spieler Zur selben Zeit Wegen Travis hat sich das Safe auch gelohnt Weil die sind Wirklich Wirklich Sollwährend Ja wo wir Die ganze Zeit Über Deals Heute gesprochen haben Ich glaube Travis hat da auch Ordentlich Einen guten Deal Gemacht Zum Song Nicht nur Nicht nur Das Konzert War eine Überraschung Eine willkommene Überraschung Vor allen Dingen In Zeiten Wo wir Keine richtigen Konzerte Erleben können Aber auch Dass ein Neuer Song Kommt War eine Überraschung Und dass es dann auch Noch ein Feature Mit Kit Kadi ist War eine noch Größere Überraschung Und Jetzt sind alle Auch so ein bisschen Am munkeln Dass die beiden Also Travis Und Kit Kadi Eine Gruppe Gebildet haben Die sich dann auch The Scots nennt Und vielleicht sogar An einem Album arbeiten Krass Denn Travis Ist es nicht richtig dumm Wenn du Kit Kadi bist Und du trittst Einen Duo Mit Travis Scott Bei Das The Scots heißt Mit richtigem Namen Heißt Kit Kadi Scott Miss Kadi Ich wollte dich eh noch fragen Warum der Song Überhaupt so heißt Jetzt hast du mir Die Vorlage gegeben Okay Dann macht sehr viel Sinn Genau Dann nehme ich das alles zurück Das ist auch Eine ganz süße Geschichte Eigentlich Weil Travis Scott Hat sich so genannt Weil sein Onkel Travis heißt Und sein Lieblingskünstler Kit Kadi ist Der mit bürgerlichem Namen Scott heißt Oh krass Dann macht das doch total Sinn Also die haben Eine Verbindung Ich habe mich nämlich auch Gewundert Dass die Also dass die Scots Als Main Interpret Bei Spotify Angegeben sind Tatsächlich Oh Ja deswegen Das Da kommen halt Die Spekulationen Auch her Dass es Ein Album kommt Denn Kurz nach dem Debüt Der Single Waren die beiden Zusammen auf Instagram Live Und haben noch Einen weiteren Song Angeteast Von den beiden Ja geil Also da kann man mehr erwarten Aber ja Playlist für der Tonne Für mich auf jeden Fall Hit Ich finde den krass Ich lasse den auch gerne Jetzt nochmal irgendwie Wirken ohne die ganzen Visuals dazu Da muss er ja auch funktionieren Hat er auf jeden Fall Für mich gerade Als ich mir was gekocht habe Und für mich Safe Ein Playlist Song Todesgeld produziert Playlist Da schließe ich mich dann an Travis und Scotty In die Playlist Cool Genau Dann kommen wir zu einem Deutschen Künstler Der Übernacht released hat Oleg Sash mit Jumpin Eigentlich lustige Geschichte Weil der Song schon älter ist Zumindest schon länger rumliegt Jetzt erst In guter Ausproduzierter Form Überhaupt rausgekommen ist Ich habe den Song Letzten Sommer Tatsächlich schon Live erleben dürfen Auch in einer 1 zu 1 Audienz Bei den Proben Von Yo MTV Raps Wo er den Song Performt hat Du bist ja so cool Das war echt nice Alter wirklich auch Oh Mann Alex Wie kommst du noch In all diese exklusiven Sachen Krasser Typ Ey keine Ahnung Mit Olegs habe ich Irgendwie auch Hä warst du echt da Bro Bro Das war aber lustigerweise Glaube ich nicht an dem Tag An dem ich moderiert habe Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Aber ich war auf jeden Fall Krass begeistert von seiner Live Performance davon Und bin immer begeistert Von Olegs Live Performance Aber ich finde Das ist jetzt insbesondere Ein Song Der sich auch geil Live Performen lässt Weil da sind ja diese Stellen drin Wo er so Chill mal 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 Macht und so Und das kommt krass Also er ist einfach Nach wie vor ein Sprachkünstler Und ich finde Dass die Storys Die er so erzählt Inzwischen nachvollziehbarer Sind als früher Also ich kann mich noch An Olegs Songs erinnern Die technisch immer krass waren Aber wo ich null Gepeilt habe Wo das jetzt inhaltlich hingeht Und jetzt sehe ich Ein bisschen mehr Roten Faden Also auf jeden Fall Ein Playlist Song Für mich Ich kann mich auch An einen Olegs Hesch Song Erinnern Wo ein ganz apart Nur aus so Komplett sinnlos Und Gebrabbel Wie wechsel mir Die Hufeisenschlampe Und so Zeug besteht Wo ich mich bis heute frage Was erzählt er da Deswegen ja Ich begrüße es auch sehr Wenn Olegs Hesch An seinem Songwriting Ein bisschen arbeitet Obwohl ich auch Großer Olegs Hesch Fan bin Aber sowas war mir auch Immer ein Dorn im Auge Ansonsten finde ich Es ist eigentlich Ein sehr typischer Olegs Hesch Song Also wenn den jetzt Jemand anderes rappen würde Dann hätte man direkt das Gefühl Hä das ist doch ein Olegs Hesch Song So kommt es mir vor Gefällt mir aber gut Ich habe gar nicht so viel Dazu zu sagen Aber ich würde ihn direkt In die Playlist kloppen So Benji Du bist der Richter Ich bin der Richter Überstimmt habt ihr mich ja schon Stimmt Also ich habe es ähnlich gesehen Wie du Alex Der Song Den live Anzuhören Das ist bestimmt nice So hat er mir jetzt Nicht ganz so viel gegeben Ich bin auch Persönlich ist das auch Nicht so mein Stil Aber ja wie gesagt Ich glaube live Würde ich den auch feiern Aber ja für so Würde ich eher sagen nein Aber da er mich Überstimmt hat Geht der ja so oder so In die Playlist Yes Der dritte Song Den habe ich dann tatsächlich Mitgebracht Und das ist die erste Erste veröffentlichte Single Nach seinem Tod Von Juice WRLD Sie heißt Whiteis Also mein Englisch ist jetzt Gar nicht perfekt Ich weiß nicht ganz genau Wie man es ausspricht Aber ja Wie gesagt Erste Posthume Single Von ihnen Skinny du hast eben gesagt Der Olex Song Klang 1 zu 1 Nach einem Olex Song Und ich finde Dieser Juice WRLD Song Klingt 1 zu 1 Wie ein Juice WRLD Song Ja man Bisschen Ein bisschen Traurig Alles In dem Song Also ein bisschen Melancholisch Sehr melancholisch Alles passt ja auch Zu der Trauer Um seinen Tod ein bisschen War mir aber dann doch Ein bisschen zu viel Und ich Hätte mir Ein bisschen Bisschen Oder beziehungsweise Ich bin mir sicher Dass auf dem Album Was bald von Juice WRLD Auch erscheinen wird Dass da noch bessere Songs Drauf sind Also ich bin nicht ganz So hundertprozentig zufrieden Ja also ich muss sagen Ich tue mich immer schwer Mit diesen Postmortem Geschichten Weil ja offensichtlich ist Dass der Song Nicht rausgekommen wäre Zu Lebzeiten Sondern wahrscheinlich Irgendwie schon nochmal Geschliffen worden wäre Oder sich vielleicht Sogar inhaltlich was Verändert hätte So der vielleicht Verworfen worden wäre Also Leute machen Jetzt halt Geld Mit Sachen Die vor seinem Tod Passiert sind Gleichzeitig fand ich Den Song Relativ stark Muss ich sagen So also das ist Jetzt nochmal völlig Losgelöst von dieser ganzen Postmortem Die Debatte Die wir vielleicht Eines Tages auch Hier führen werden Und ich fände es irgendwie Respektlos Den nicht mit drauf zu nehmen Wenn der jetzt hier Irgendwie zur Diskussion steht Ich will den jetzt auch Nicht zu hart ranken Oder bewerten Weil das irgendwie Was anderes ist Als Musik von einem Künstler Der noch am Leben ist Deswegen für mich Playlist Ja man dieses Dilemma Hatte ich auch vor Augen Die Situation Dass man sich denkt Hä ja gut Der erste Song Seit seinem Tod Bla bla Aber ich Übernehme jetzt Trotzdem die Rolle Des Buhmanns Und sage Tonne Weil es für mich In Juice WRLD Diskografie Absolut nicht Heraussticht Und mich Auch daran gemessen Absolut nicht Groß abholt Also da würde ich Lieber warten Bis ein geilerer Song Rauskommt Und den in die Tonne Hauen Weil man muss es ja Trotzdem auch Am Künstler messen Und nicht nur An Dem ganzen drumrum Und den Umständen Und dafür ist es jetzt Für mich Wie Benji gesagt hat Ein ganz Ganz klassischer Juice WRLD Song Aber jetzt kein Besonders krasser Juice WRLD Song Genau Sehe ich genauso Und nochmal Zu dieser Post-Mortem-Geschichte Ich denke da können wir Auch drüber reden Wenn dann das Album Rauskommt Das soll Hat aktuell den Status Coming Soon Also denke ich mal In den nächsten paar Wochen Wird das kommen Aber Ja ich will da jetzt Auch gar nichts zu sagen Ich hab da Es ist auch für mich Ein Thema Also diese Post-Mortem-Alben Was mich brennend interessiert Aber ich glaube Da würden wir jetzt Den Rahmen sprengen Da reden wir dann Lieber nochmal Später drüber Ja Aber kommt der Für dich auf die Playlist Oder nicht? Achso Ne Ich hatte tatsächlich So wie Skinny Das gesagt hat So würde ich das unterschreiben Also gibt stärkere Songs In seiner Diskografie Und ich bin mir sicher Dass auch auf dem Album Geile Sachen drauf sind Gut Wir warten aufs Album Alles klar Genau Der nächste Kandidat Und dass ihr Look Weit über eine Solariumbräune Oder so hinausgeht Und sie offensichtlich Versucht Diesen Diesen Visuellen Effekt Zu erzielen Das zieht dann Auch den Vorwurf Der Cultural Appropriation Nach sich Und da geht es dann Um mehr als nur aussehen Ich weiß nicht Ich kann mich dazu Nicht wirklich äußern Dazu stecke ich Als weißer Typ Zu wenig drin Denke auch einerseits Jeder sollte doch Aussehen dürfen Wie er will Und das geht doch Niemandem was an Andererseits verstehe ich Auch extrem Die Vorwürfe Und dass damit Natürlich vieles einhergeht Dass man sich jetzt Quasi wieder nur Bei bestimmten Facetten Bedient Und die sind dann Auch noch visueller Natur Also quasi der Grund dafür Dass andere Leute Rassismus ausgesetzt sind Kompliziertes Thema Sollte man sich mal Zubelesen Bin ich auch kein Wissenschaftler Ich Möchte deswegen Auch jetzt Mich gar nicht groß Dazu äußern Und wollte einfach nur Diese Debatte Erwähnen Und sagen Dass sie stattfindet Übrigens auch Aktuell In Amerika Stattfindet Am Beispiel Bad Baby Also der wird Genau dasselbe vorgeworfen Dass sie Auszusehen versucht Wie Eine People of Color Oder Ja Ich kann Ich kann nur Vielen Weißen Leuten Die darüber diskutieren Und der Meinung sind Das wäre Quatsch Dein Tipp geben Einfach mal die Schnauze Zu halten Und diese Diskussion Vielleicht nicht An sich zu reißen Den Song Wollen wir aber Trotzdem besprechen Und da würde ich gerne Eure Meinung hören Für mich ist es Ein absolutes Brett Ja man Mich hat es auch Positiv überrascht So Krass wie sie Wie sie wieder In die Wie sagt man Wie sie wieder Ins Game Stabt Alter Weil sie technisch Krass an sich Gearbeitet hat So ich ziehe einfach meinen Hut vor Diesem unfassbaren Ehrgeiz Weil ja keiner Sie gezwungen hat Beispielsweise An ihrem Flow Zu arbeiten Oder an ihrer Dramaturgie In den Songs Aber die ist so krass Spürbar Und die ist so viel Besser noch Als beim letzten Mal Die sagt ja selber so Krass sie macht Zweites Album Warum ist das zweite Album Schon wie ein Best of So ne Und so ein bisschen Diesen Flavor Hat das Ganze irgendwie auch Ich finde die Dramaturgie Im Song total krass Ich finde das Visuell heftig umgesetzt Ich glaube Schau Casado Video Und ich finde auch Den Beat Ich glaube Aus der Werkstatt Von Judy Sehr krass Also professioneller Geht es kaum Kommt für mich Eindeutig auf die Playlist Safe Kann ich mich auch anschließen Ich fand die Visuals Auch sehr sehr nice Hatte für mich So ein paar Throwback Vibes Dabei Auch geiler Song Und wo ich mir jetzt Ein bisschen Sorgen mache Ist Dass sie jetzt wieder Mit so einem Richtigen Hip Hop Track Um die Ecke kommt So wie es am Anfang Auch ein bisschen war Bei ihrem ersten Album Wo sie dann mit Zwei Tracks Kam Die man Eher Richtung Hip Hop Packen kann Und dann das Album Eigentlich dann doch Eher Pop war Jetzt halt wieder So ein richtiger Track Wo gerappt wird Alle sind begeistert Und ich glaube Wenn dann das Album Kommt und dann wieder Die Hälfte davon Pop Songs sind Dass es dann wieder So ist Aber ja Ja Mann Nichts ist Was man anhand Vorhin schon sagen Bei der Diskussion Über die Deals Das ist Dass wir vielleicht Quasi ein Der Drill Der Drill Sound Für mich war das Eine Todesenttäuschung Eine ganz klar Tonne Künstler springt auf Zu großen Teilen Was Hits angeht Genauso viele Hits Hat wie Kendrick Lamar Im ersten Moment Natürlich Interessantes Statement Aber wenn man sich Seine Argumentation Anhört Da kann ich das Everyday Struggle Interview mit Ihnen empfehlen Es ist schon Nachvollziehbar Was ist denn die Argumentation Es geht nicht um Billboard Hits Also es ist ja Wohl jedem von uns Klar Dass man mehr French Montana French Montana Songs Im Club hört Als Kendrick Lamar Songs Genau Und wenn die parallel Auf einem Festival Spielen Dann sitzt sie Mindestens gleich auf Und so Genau Also ich glaube Dass beide Wie du jetzt sagst Du bist der Meinung Bei French Montana Stehen genauso viele Leute Wie bei Kendrick Auf dem Festival Nein Das war seine Aussage Genau Das war seine Aussage Also das Keine Ahnung Wenn beide jetzt Eine Stunde Oder 75 Minuten Ein Set spielen Dann können beide Am Stück Das Publikum So gut unterhalten Das Das Ding ist halt auch Bei French Montana Kommen halt die ganzen Features dazu Der war an Hymnen Beteiligt Wie Pop Dad Oder Stay Scheming Oder mit Sway Lee Der Song Unforgettable Der war ja nicht beteiligt Das ist ja sein Song Aber Ja ja Also aber man Er hat halt so viele Hits Wo er mindestens Ein Feature drauf hat So Meistens Wie du jetzt sagst Unforgettable Erinnert man sich dran Wegen Sway Lee Jetzt nicht wegen French Montana Aber French Montana Aber French Montana Ist da ja trotzdem Der Lead Artist Und somit Der Executive Also zumindest In Teilen Wenn das sein Song ist Dann ist er mindestens Soweit Executive Beteiligt Dass er sich den Hit Auf die Fahne schreiben kann Finde ich ganz klar Also nicht nur bei ihm Sondern bei jedem Und ich persönlich Hab auf jeden Fall auch Mehr French Montana Songs Die ich gerne höre Als Kendrick Songs Ja auf mich Schlachtet mich Ich kämpf gegen euch alle Naja auf jeden Fall Weil French Montana Das gesagt hat Hat sich Young Fuck Eingeschaltet Und meinte Digga Was laberst du Und dann Haben die sich Aus meiner Lieblingscover Überhaupt Legendary Ja gut Aber ihr habt mich Ja insofern Überstimmt Und mir liegt der Song Jetzt auch nicht so Besonders am Herzen Also äh Tonne Ich hätte gedacht Ich stehe alleine damit Da den Scheiße zu finden Aber Eigentlich Ich war halt direkt Ich war halt direkt Getriggert An diese An diese Clubsituation Bin ja viel mit Josi in Clubs unterwegs Und so Und ich glaube Da wird der halt Krass abgehen So ne Aber Tatsächlich Kein Kein besonders Hochwertiger Song Ja ich glaube Ich glaube Auch in Clubs Wird er nicht Also klar Er könnte abgehen Aber es gibt einfach Viel bessere Songs Aus dem Genre Die da mehr abgehen Ja Gut Äh Letzter Song Ähm Ist wieder ein deutscher Äh Passend zu Zu unserem Thema Wohin wir Oder zu unserer Diskussion Weil wir ja vorhin Viel über Deals Und vor allen Dingen Geld gesprochen haben Ja Äh Am Montag Hat Lens Butters Überraschend Äh Ich glaube Nach zwei Jahren Pause Mal wieder Etwas veröffentlicht Und zwar eine EP Und wir möchten jetzt hier Über den zweiten Song sprechen Der Geld heißt Genau Ich finde das nämlich Irgendwie ein schönes Statement Auch Um das Thema Was wir vorhin besprochen haben Abzuschließen Von unserer Seite Also Wenn es Wenn es denn funktioniert Den Song Geld auf die Playlist zu packen Weil das mal Eine Gegendarstellung ist Eine Antithese Äh Ein Song der herausgestochen ist Für mich ein Playlist Song Und ein epischer Abschluss Für die heutige Sendung Ich hoffe ihr könnt da mitgehen Für mich auf jeden Fall Lens Butters Für mich eine der Überraschungen Der letzten Jahre Ähm Weil ich den guten Mann Schon sehr lange verfolge Als alter VBT Fan Ich kämpf wieder gegen alle Ähm Und da hat er sich ja Sehr gut geschlagen Da mochte ich ihn sehr gerne Dann hat er angefangen EPs zu veröffentlichen Die fand ich so kacke Und peinlich Wow Wenn ich an die Selfish EP denke Boah Was ein Schmodder Dieser Space Invaders Song Und so Das geht gar nicht Ich fand das so kacke produziert Und nicht mal Weil der Produzent schlecht ist Sondern weil sie irgendwie Ein eigenes Soundbild finden wollten Das mir gar nicht gefallen hat Und das nichts wollte Außer ein eigenes Soundbild zu sein Und Auf dieses Angst Album Hatte ich entsprechend Überhaupt keinen Bock Hab aber Eine vorgenommene Review zu schreiben Und war so überrascht Weil es mir so krass Den Boden unter den Füßen Weggerissen hat Irgendwie in dem Moment Weil es mich einfach Unerwartet getroffen hat Ich war eher in so einem Lethargischen Modus Und dann packt er da so Abgründe aus Und hat mich Unnormal überrascht Und ähm Jetzt die neue EP Gefällt mir sehr gut Fügt sich richtig krass da ein Ist eine richtig Richtig Schlüssige Fortsetzung Dessen Oder eine Erweiterung dessen Und ähm Dementsprechend Also was heißt Dementsprechend Mir muss nicht der Geld Song gefallen Nur weil mir die EP gefällt Aber auch der gefällt mir gut Der schließt tatsächlich Die Folge heute sehr stimmig Ich finde er sagt Viele interessante Sachen Und Schärft auch sein Profil Weiterhin Was deutlich spannender ist Als das Ich hab eine Iron Man Maske Spritzfrauen ins Gesicht Und äh Kifft den ganzen Tag Profilschärfung Die er damals betrieben hat Ja Äh Damit ist meine Meinung Mal wieder ein bisschen Überflüssig Weil ihr habt mich schon Wieder überstimmt Aber ähm Ähm Aber wie gesagt Die hab ich überstimmt Akzeptiere ich Und Ja Wir haben dich jetzt glaube ich Aber auch nicht überstimmt Weil wir finden Dass er Musikalisch Die Playlist so Aufwerten und abrunden würde Sondern weil es einfach Ein todes guter Song ist Also ich glaube Wenn wir die Playlist Anfangen so handzuhaben Dass wir gucken Was fügt sich gut ein Was hat ein Playlistbares Soundbild und so Dann rücken wir ein bisschen Weit davon ab Dass wir einfach Bomben Songs In diese Playlist Haken wollen Deswegen gab es glaube ich Von uns beiden Diesen klaren Playlist Ja Akzeptiere ich auch Das ist ein Song Zu dem man auf jeden Fall Gerne zurückkommen kann Äh Wenn man so in der Mut dafür ist Ja Ja Okay Leute Dann haben wir die Playlist geballert Ihr könnt sie euch anhören Und äh Genießen oder auch nicht Das ist mir eigentlich egal Auf jeden Fall Habt ihr euch heute Diese Folge angehört Das finden wir gut Ihr seid bis zum Ende dran geblieben Respekt Das war nämlich Eine relativ lange Folge Aber ich hoffe auch Eine informative Äh Wir freuen uns Wenn ihr nächste Woche Wieder einschaltet Wir freuen uns Wenn ihr die Folgen nachhört Die ihr verpasst habt Und verabschieden uns Freundlich, höflich Und gut gelaunt Aus dieser Show Gang 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 Macht's gut Bis nächste Woche Ciao Ich bin' Untertitelung des ZDF, 2020